Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Story. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Gannon Stouch. Gannon war ein elfjähriger Junge, 2009 geboren in South Carolina. Und er hatte es von Anfang an nicht besonders leicht, denn er war ein Frühchen und wog gerade mal ein Kilogramm. Und es war gar nicht sicher, ob er es überhaupt schaffen würde. Er hat sich aber wirklich ins Leben gekämpft. Er hat sich zu einem fröhlichen und aufgeweckten Jungen entwickelt, der seiner Familie richtig viel Freude bereitet hat. Gannon ist aber noch relativ jung, als seine Eltern sich scheiden lassen. Grund dafür ist den Gerüchten zufolge Letitia, die neue Freundin von Albert, Gannons Papa. Die beiden gründen dann auch eine Patchwork-Familie. Sie heiraten 2015 und ziehen nach Colorado Springs, weil Albert dort einen Job bekommen hat. Der ist irgendwie bei der nationalen Sicherheit oder so. Und er ist dann auch viel auf Reisen. Der Rest der Familie, also seine Frau Letitia, sein Sohn Gannon und seine kleine Tochter Layla, sowie die 17-jährige Tochter von Letitia, bilden den Rest der Familie, die zu Hause bleiben und auf die Letitia aufpassen. Gehen wir zum 27. Januar 2020. Das ist der Tag, an dem Gannon verschwindet. Es ist kurz nach 19 Uhr, als Letitia ihn bei der Polizei vermisst meldet. Sie sagt auch gleich dazu, es könnte sein, dass er ausgerissen ist und einfach keine Lust hatte, nach Hause zu kommen. Und so wird er als vermisst aufgenommen in die Kartei, aber eben als Ausreiser. Und es beginnt nicht sofort eine große Suche nach ihm. Letztendlich dauert es fast drei Tage, bis Gannon als vermisstes und gefährdetes Kind geführt wird. Nicht zuletzt liegt das daran, dass er Medikamente nehmen muss täglich und zu diesen natürlich jetzt keinen Zugriff hat. Außerdem verhält sich Letitia ein bisschen seltsam. Oder nicht nur ein bisschen. Die Geschichte, die sie der Polizei erzählt hat, ist folgende. Der 27. Januar ist ein Montag und Gannon hatte morgens einfach Bauchschmerzen und ist deswegen nicht zur Schule gegangen. Sie hat ihn krank gemeldet, Letitia hat sich selbst krank gemeldet. Gegen 16 Uhr jedoch, seltsamerweise, erlaubt sie Gannon, dass er rausgeht mit einem Freund zum Spielen. Anscheinend sind die Bauchschmerzen besser geworden. Sie sagt ihm, er soll zurückkommen, wenn die Straßenlaternen angehen, also wenn es dunkel wird. Und als er gegen 19 Uhr noch immer nicht zu Hause ist, verständigt, Letitia die Polizei und meldet ihn, wie erwähnt, vermisst. Als die Polizei sie jedoch fragt, bei welchem Freund er war oder mit welchem Freund er sich getroffen hat, hat diese keine Ahnung und sagt, sie weiß es nicht. Das alleine ist schon ziemlich seltsam. Auch scheint sie sich mehr Sorgen um ihren Ruf und ihre Reputation zu machen, denn einige Leute beschuldigen sie schon jetzt auf sozialen Medien, irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben und dass da irgendetwas faul ist und das regt sie fürchterlich auf und sie ist sehr damit beschäftigt, da entgegenzusprechen und sich zu rechtfertigen. So sehr sogar, dass sie nur wenige Tage nach Gennens Verschwinden ein Interview gibt, einem lokalen Fernsehsender. In diesem Interview fallen zwei Dinge auf oder eigentlich drei. Zum einen, sie spricht nicht direkt in die Kamera, sondern sie steht mit dem Rücken zur Kamera. Man sieht also nur ihren Kopf, ihre Haare und manchmal blitzt die Sonnenbrille auf, damit man sie nicht erkennt. Sie spricht in der Vergangenheitsform von Gannon. Sie sagt, er war ein hilfsbereiter Junge und er war freundlich und er war immer so lieb und bla bla. Aber alles eben in Vergangenheitsform. Und auch hier, dieses Video nutzt sie dazu, sich zu rechtfertigen und als sie am Ende sagt, Gannon, wir alle warten sehr, wir hoffen sehr, dass du endlich zurückkommst, sagt sie, ich hoffe, dass Gannon wirklich bald zurückkommt, dass er bald wieder da ist und dass ich dann eine dicke, fette Entschuldigung von all den Leuten bekomme, die jetzt böse über mich reden oder behaupten, ich hätte ihm irgendetwas angetan. Und wenn der Polizei das bis jetzt schon seltsam vorgekommen ist, wird der Verdacht bald bestätigt, nämlich als sich der Nachbar von den Stouches meldet. Dieser Nachbar hat eine Überwachungskamera aufgehängt, also überwacht sein ganzes Grundstück. Und eine von diesen Kameras zeigt eben auch die Auffahrt von den Stouches. Und da ist am Montag, dem 27. Januar, Folgendes zu sehen. Kurz nach 10 Uhr vormittags geht Leticia hinunter zum Auto, das an der Straße geparkt ist, schiebt zurück die Einfahrt hoch und parkt dort. Dann geht sie wieder ins Haus hinein. Man sieht Gannon angeblich rauskommen, also man sieht jemanden rauskommen. Es ist dunkel, es ist eine Figur, ich kann da nichts erkennen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das originale Video, wenn man es sich ansieht, da mehr zeigt und wenn Polizei und alle Leute, die sich dieses Video original angesehen haben, behaupten oder sagen, das ist Gannon, dann gehen wir mal davon aus, dass das auch stimmt. Wenn ihr dieses Video genauer sehen möchtet, verlinke ich euch unten eine andere YouTuberin, eine amerikanische, die sich ganz genau mit diesem Video auseinandersetzt, über jedes Mal Gas geben und Bremse treten. Also es ist wirklich sehr genau, es wird auch ran gesoomt und man kann es sich ansehen. Es ist sehr aufschlussreich, es ist interessant. Aber im Grunde genommen zeigt es eben genau das. Gannon steigt ins Auto und die beiden fahren los. Zurück kommt das Auto kurz nach 14 Uhr am Nachmittag und es steigt Letitia aus, aber von Gannon ist keine Spur. Der Nachbar hat das Video zuerst Albert gezeigt, dem Vater von Gannon, und danach wurde es eben der Polizei überreicht als Beweis. Darauf angesprochen ändert Letitia ihre Geschichte. Sie sagt, sie wären zu einem Geschäft gefahren und Gannon wäre aber im Auto geblieben, weil er ja so Bauchschmerzen hatte. Und natürlich ist er dann mit zurückgekommen. Er wäre eben nur auf der anderen Seite vom Auto ausgestiegen und dann einfach hinter dem Auto hineingegangen und man sieht ihn halt einfach nicht. Soweit sieht man auf dem Video allerdings schon, dass da niemand ausgestiegen ist. Es gibt keinen Schatten. Es ist ein relativ hoher Truck, den sie fährt. Man sieht unten keine Füße vorbeikommen, es wackelt nicht, keine Tür geht auf und zu. Es ist also relativ sichtbar, dass sie alleine zurückkommt. Was auch seltsam auffällt, was im Nachhinein herauskommt, ist, dass Letitia für diesen Trip ihr Handy zu Hause und abgeschaltet liegen hat lassen. Was auch sehr ungewöhnlich ist, weil sie anscheinend so ein richtiger Social-Media-Freak ist, der immer und alles kommentiert und ohne Handy nirgendwo hingeht. Die Suche wurde inzwischen natürlich ausgeweitet. Viele Leute aus der Nachbarschaft bieten ihre Hilfe an und durchsuchen die umliegende Gegend, die Wälder. Und es wird die Suche dann auch ausgedehnt in eine bestimmte andere Gegend. Warum genau, weiß man eigentlich nicht. Aber sie bleibt eben erfolglos. Es wird wirklich mit allen Mitteln gesucht. Es wird mit einer Unterwasserdrohne gesucht, mit Drohnen, also Flugdrohnen, mit Suchrunden. Aber man findet einfach nichts. Die Polizei ihrerseits hat nun einen Durchsuchungsperfil erwirkt und sie durchsuchen das Haus und finden in Gernens Zimmer jede Menge Blut. Die Matratze ist voller Blut. Der Teppich fehlt anscheinend und sogar auf dem Beton unterm Bett sind Blutflecken zu finden. Es gibt Blutspritzer an den Wänden. Die Polizei geht nun davon aus, dass Gernens ermordet wurde und dass das in seinem Zimmer passiert ist. Hauptverdächtige ist natürlich Letitia. Diese ändert gerade mal zufällig ihre Geschichte. Sie bezieht sich auf den Teppich. Der Teppich ist weg. Und dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Am 26. Januar schreibt Letitia eine SMS an Albert und sie teilt ihm mit, dass Gernens eine Kerze umgeschmissen hat und diese wiederum den Teppich in Brand gesetzt hat. Und sie bittet ihn aber darum, nicht zu streng mit Gernens zu sein, weil der wäre eh schon total fertig deswegen und macht sich eben Vorwürfe und Sorgen und hat eben Angst. Und deswegen soll Albert eben nicht so streng zu ihm sein. Zu dieser Geschichte mehr oder weniger passend gibt es dann auch noch ein Video, das Letitia selbst auf Facebook gepostet hat. Das hat sie angeblich unabsichtlich gemacht. Auf dem Video sieht man viel herumflackern, also wenn jemand halt so das Handy in der Hand hält und damit rumgeht. Es ist alles auf dem Kopf und man sieht eben teilweise Gernens im Bett liegen, aber es ist alles sehr unscharf und sehr ungenau und man sieht nicht wahnsinnig viel. Interessanter ist aber, was man hört. Sie sagt zu ihm, ich frage dich jetzt ein letztes Mal, hast du das wirklich nicht mit Absicht gemacht? Und er total fertig, das Kind ist am Heulen und sagt nein. Und sie sagt nochmal Ehrenwort und er sagt, ja, Ehrenwort, das war keine Absicht. Und dann sagt sie ihm ja, wir müssen aber jetzt irgendwas verkaufen, damit wir den Teppich ersetzen können, weil uns sonst die Vermieterin rausschmeißt. Und ja, da müssen wir eben aussuchen, was wir rausschmeißen, das Sofa oder, also was wir verkaufen, das Sofa oder irgendwas anderes. Und dann endet das Video auch. Gernens ist die ganze Zeit am Weinen, er wirkt sehr verstört und alles in allem wirft das absolut kein gutes Licht auf Letitia. Es ist auch nicht ganz klar, was sie damit bezweckt. Man kriegt natürlich mit dieser Vorgeschichte von der Kerze den Eindruck, dass sie sich auf das bezieht. Es könnte aber auch um etwas völlig anderes gehen, weil es wird keine Kerze erwähnt oder sonst was. Und also man weiß es nicht so richtig. Und wenn Letitia gehofft hat, dass ihr dieses Video irgendwie weiterhilft, dann war es eher ein Eigentor. Denn alle Leute, die dieses Video gesehen haben, sagen nun natürlich so, wie geht sie denn mit dem Kind um und das arme Kind. Und ja, also sie hat eigentlich nur sich als die böse Stiefmutter irgendwie bestätigt mit diesem Video. Jedenfalls ist das ihre Erklärung, die Sache mit der Kerze, dass der Teppich weg ist, weil er war ja kaputt, er war verbrannt. Und das nutzt sie gleich mal, um eine neue Geschichte zu entwickeln, in der sie nun sagt, der Teppichleger war da, um den Teppich auszutauschen. Er hätte sie dann aber überfallen und vergewaltigt. Und während sie bewusstlos danach auf dem Boden lag, hätte er Gennen entführt. Natürlich kommt sie nicht so wahnsinnig weit mit dieser Geschichte. Und so folgen noch einige andere. Zum einen sagt sie, ein Mann wäre mit einer Schusswaffe bei ihr eingedrungen, hätte sie vergewaltigt und Gennen entführt. Außerdem erzählt sie ein andermal, dass es Edgar war. Und Edgar ist ein Bekannter von Albert, also Gannons Vater, dem er Geld schuldet. Und der hätte Gennen entführt. Was man sich davon verspricht, dass man die Geschichte so weit verändert, dass es nicht mal nur ein bisschen anpasst, sondern einfach immer wieder komplett neue Geschichten erzählt, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht ganz. Vor allem hat ihr die Polizei dann angeboten, sich untersuchen zu lassen und so einen Test zu machen auf Vergewaltigung. Das hat sie abgelehnt. Warum wohl? Und als man ihr eine DNA-Probe abnehmen will, täuscht sie eine Panikattacke vor, wird ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie dann erstaunlich schnell wieder genießt und verschwindet, bevor diese Probe abgenommen werden kann. Aber lasst uns noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen, und zwar zum 28. Januar. Das ist der Tag, nachdem Gennen verschwunden ist. Sein Vater Albert Stauch war in dieser Zeit nicht zu Hause. Er war in Oklahoma zum Arbeiten und natürlich fliegt er sofort nach Hause. und wird am 28. Januar von seiner Frau am Flughafen abgeholt. Die holt ihn aber nicht mit ihrem eigenen Truck ab. Das heißt, sie fährt mit ihrem eigenen Truck zwar zum Flughafen, stellt den dort auf einem abgelegenen Parkplatz ab, mietet einen Leihwagen, und mit diesem holt sie Albert ab. Sie erklärt ihm das damit, dass sie gleich losfahren will, um nach Gennen zu suchen, und dass ein Leihwagen dafür wesentlich besser wäre, also ein Wagen, den Gennen nicht kennt. Denn wenn er das Auto erkennt, dann besteht die Möglichkeit, dass er eben sich versteckt oder wegläuft, weil er Angst hat, dass er Ärger bekommt. Und so fahren die beiden dann auch los und fahren wohl auch durch die Gegend und suchen nach Gennen, finden natürlich keine Spur. Am selben Abend fährt Letitia zurück zum Flughafen, um ihr Auto abzuholen. Die Polizei vermutet, als Letitia am 28. zum Flughafen fährt, um Albert abzuholen, dass Gennons Leiche sich zu dem Zeitpunkt im Kofferraum befindet. Und als sie abends wegfährt, um ihr Auto abzuholen, nutzt sie die Gelegenheit, lädt die Leiche in den Mietwagen um, fährt mit diesen zu einer abgelegenen Stelle an einen Ort namens Palmer Lake in Colorado. Die Polizei denkt das deshalb, weil zum einen wird an diesem Ort in Palmer Lake eine Sperrholzplatte gefunden, auf der sich Gennons DNA befindet. Zum anderen hat Letitia zwar wieder ihr Handy ausgeschaltet für diesen Weg, aber sie verfolgen das GPS vom Leihwagen und das zeigt eben an, dass sie genau nach Palmer Lake gefahren ist. Es sieht also so aus, als hätte sie die Überreste von Gennon dort irgendwo versteckt, wäre dann zurück zum Flughafen gefahren, hätte den Leihwagen zurückgegeben und mit ihrem eigenen Truck ist sie nach Hause gefahren. Die Polizei untersucht diesen Leihwagen dann auch, findet im Kofferraum auch Blut und zwar von einem Mann, also männliche DNA, und das ist aber nicht Gennons. Dieses Mietauto hat also anscheinend schon viel gesehen in seinem Leben. Das scheint aber mit der Sache nichts zu tun zu haben. Letitia nun konfrontiert mit diesen Tatsachen, ihr erratet es nie. Sie ändert einfach ihre Geschichte und erzählt jetzt, sie wäre in Palmer Lake unterwegs gewesen und da wäre ihr ein Mann vor das Auto gelaufen und sie hat gebremst, ist ausgestiegen, um zu helfen. Daraufhin wurde sie mit einer Waffe bedroht und vergewaltigt und Gennon war zufällig in der gleichen Gegend unterwegs. Er kam da ganz zufällig dazu und hat sich für sie eingesetzt und wollte sie beschützen und der Mann hat sie dann bewusstlos geschlagen und Gennon entführt. Ja, was soll man dazu sagen? Am besten nichts, oder? Letztendlich am 3. März wird Letitia verhaftet und das, obwohl von Gennon nach wie vor jede Spur fehlt. Also es gibt auch keine Leiche, die gefunden wurde. Es ist wohl ziemlich ungewöhnlich, dass man in den USA verhaftet wird, solange es keine Leiche gibt. In dem Fall war sich die Polizei aber offensichtlich so sicher, dass Letitia verhaftet wird. Sie wird allerdings nicht in Colorado verhaftet, sondern in South Carolina, wo sie ihre Familie besucht, um sich zu erholen. Zweieinhalb Wochen später, am 20. März 2020, wird Gennons Leiche in einem Koffer gefunden. Und zwar in Florida. Alle, die diesen Fall mehr oder weniger zeitnah mitverfolgt haben, als er damals in den Medien war, hatten jetzt natürlich ein riesen Fragezeichen über dem Kopf stehen, denn wie kommt ein vermisstes Kind aus Colorado in einen Koffer in Florida? Das ist eine Fahrzeit von knapp 30 Stunden. Letitia kann also gar nicht nachts die Leiche da irgendwie weggebracht haben nach Florida und wieder zurückgefahren sein, weil sich das zeitlich einfach absolut nicht ausgeht. Wahrscheinlich ist es also so, dass Letitia den Leichnam in Colorado irgendwo versteckt gehalten hat und auf dem Weg zu ihrer Familie nach South Carolina mal eine kurze Abzweigung nach Florida genommen hat und dort in einer kleinen Stadt unter einer Brücke den Koffer entsorgt hat, in dem sich Gennons Leiche befand. Gefunden haben das Bauarbeiter, die da eine Brücke saniert haben oder eine Straße saniert haben und die dann die Polizei verständigt haben. Und nach ein paar Tagen war es ihm klar, dass das eben die Leiche von Gennons Dauch ist. Inzwischen sitzt Letitia im Gefängnis. Es gibt noch keinen Prozess, weil die Verteidigung mittlerweile zwei Anträge gestellt hat, um Letitia unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Vor kurzem wurde allerdings auch der zweite abgelehnt. Also sie ist völlig zurechnungsfähig und war es auch zu dem Zeitpunkt und jetzt steht einem Prozess wohl nichts mehr im Wege. Ein paar kleine Details noch zum Schluss. Es stehen inzwischen mindestens 13 Anklagen gegen Letitia Stauch. Nicht nur Mord ersten Grades und Misshandlung eines Schutzbefohlenen oder das Verstecken einer Leiche, sondern sie hat tatsächlich auch zwei Fluchtversuche begangen. Zum einen, als sie überführt wurde von South Carolina nach Colorado, hat sie es geschafft, ihre Handschellen abzustreifen und aus dem Polizeiauto irgendwie zu fliehen. Sie kam aber nicht weit. Beim zweiten Mal hat sie wohl den Plan gefasst, aus dem Gefängnis auszubrechen, hat den mit einer Mitinsasin geteilt, beziehungsweise auf ihre Hilfe gehofft. Die hat aber die Gefängnisleitung verständigt, anstatt ihr zu helfen. Also hat sie sich auch hier noch ein bisschen tiefer in die Scheiße geritten. Wobei, darauf kommt es hoffentlich im Endeffekt auch nicht mehr an. Damit sind wir am Ende von dieser fürchterlichen Geschichte. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet und vor allem, was ihr von diesen Geschichten haltet, die Letitia hier erzählt. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr auch Leute, die einfach eine Geschichte erfinden und wenn sie nicht passt oder nicht durchgeht, ist einfach mit der nächsten Versuchen. Also ich kenne schon Leute, die viel lügen und gerne lügen, aber so dreist oder so dumm ist eigentlich niemand von denen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dann. Tschüss.